Der Shulk hat mich rausgenommen und gekillt. Ein bisschen Energie zu... Nein. Last Stand einfach an. Last Stand und Jame. Ah, das war mein erster Tod jetzt. Und abgegeben! Okay, wenigstens einen Punkt. Oh, musste sein. Äh, da hinten rennst du rum. Kommen wir in eine Richtung? Ich bin hinten, ne? Das... dazu... Ich seh dich durch die Wand nicht. Ganz hinten rechts, einem Relikt. Da, hier geht's um Hebron. Das ist gemein, der Schurke hat mich rausgezogen aus der Ebene. Dann können wir denen keiner mehr helfen. Ich finde die Fähigkeiten ganz lustig. Also das ist mal was anderes. Ja. Der Schurke geht in die Welt, der Schatten nimmt mich einfach mit. Ah, nehmen wir doch die Burg. Guck mal einen, ja. Da ist doch einer Low dahinten oder sehe ich das falsch? Oh, Tramp. 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 Ich kann ja nicht helfen da hinten. Oh, jetzt bin ich so stark! Ja. 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 Jetzt bräuchte ich einen Tag, dann dass ich fliegen kann. Schauen wir den noch mit. Geh noch einen Schritt. Helikopter. Auch man schaut. Ich werde geschockt. Oh, oh, Schoten. Ja, bei mir. Überzeug. Schoten, glaube ich, der Liebespiel, um es langen Loosen werden. Ah. Unsich fahrgegangen. Ja. Gehört uns jetzt der Punkt, oder nicht? Ja, gehört uns noch. Ah, okay. Wenn wir uns nicht vollkommen, kriegen wir nur zwei Punkte. Auch okay. Dann halt so. Weil die Dächer... Warte, ich müsste dich ankasten. Jetzt hab ich keinen Mana zum Springen. Oh, 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 warte! Komm schon, komm schon, komm schon! Flieg zum Sieg, Horden! Hau nicht ab! Dreh dich doch! Ja! Der Damage-Buff! Antonado! Oh, ich bin raus von da und nicht in die Wand. Er hat mich rausgeschockt. Der Schurke hat mich geschockt. Er rennt direkt da mit in der Runden-Buff-Buff-Buff-Buff. Wo bist du hin? Da. In der Mitte noch und da... Boah. Okay, der Damage-Buff. Halt mal kurz an, sonst geh ich hier hoch. Ja. Okay. Ist es vorbei? Ja. Ich hab voll Stress gewonnen. Nix riskieren gerade. Energie sammeln. Und... Da! Oh, ich bin klein. Ja. 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 Oh, oh. Ich bin oben auf der Gegner-Treppe. Ich bin hier bei dem anderen Schamane. Du musst ihn gerade heilen. Ich bin tot. Mich. Machen! Wo bist du? Aha. Ah, ich fall hier kein Abgelenk leider. Bei dem Schurken. Und da bin ich tot. So war die Kammer auf jeden Fall gebunden. Ne, ich kriege halt nicht so viele Punkte wie letztes Mal. Aber du schon. Ich nicht. Das heißt, wieder der undankbar, dass du Heiler spielst. Du kriegst dafür weniger Sachen als alle anderen. Ja. Mach dir hier. Heilen. Ich komm da. Ah, mir ist der Ding, wenn ich die Welt entführt. Ich bin an der Glocke. Ah, ich bin nicht weg. Ich hab' dich gegeben. Na. Ich hab' Dich. Ich will Dich haben hier. Der Dich hat ja. Der Dich ist gerade bei'n. Unsere. BAM. Oh, oh. Man Olha, Oh, wo? Oh, schön! Ist der schon drin? Schauen wir noch mal das Ding hin. Über die Dächer! Irgendwie kann ich die direkt benutzen? Nicht so weit weg, glaube ich! Danke schön! See you later! Rennst weg, okay. Ja, ich hab den Tornado gesucht. Ja, die sind geil im Up-2. Ich muss auf jeden Fall genervt werden. Oh oh! Ich hab einen Hunter verfolgt und einen Schurke. Schurke 2. Nee, also Schurke ist so heftig, weil dir keiner hilft. Die stehen zwar aus dem rum und schießen ihre Outdoor-Tags oder sowas, aber keiner macht mal einen Stamm oder sowas um den wegzuziehen. Gucken alle nur zu. Oh Gott, willst du was von dir macht diese Fähigkeiten? Okay. Okay Schurke 101 nicht in seiner Welt. Endlich nicht in meine Welt andersrum. Das hättest du nicht machen dürfen, Mann. Wenn du mich in deine Welt siehst, sehe ich nicht, wenn du unsichtbar bist, Mann. Verlierst du im Wonder Woman. Oh, ich geh gleich da und... Die immer unverwundbar. Die verwundbar. Wow, wow, wow. Und dann Tornado! Wo bist du? Ich bin hinten an der Base. Ich stun ihn. Und schau die Hand drauf. Ich hab ihn getroffen! Er guckt sich davor. Ja. Ha! Mist, ich hab ihn mit meinem Auto-Attack getroffen. Hab mal einen Punkt gemacht, aber... Ah, das war's. Die Zeit ist eigentlich zu Ende. Kämpft ihr doch noch? Irgendwie kämpft ihr. Der Dritte hat das Spiel betreten. Aber ich finde, wenn man zusammenspielt, ist der Hit richtig geil. Wenn du rein rennst und dich der ganze Zeit dranhängen... Wie im WoW. Der Tank ist auch nur gut, wenn du weniger gegen hast. Der Tank ist auch so gut, das kann man nicht sagen. Du bist ja wie ein normaler Krieger. Du machst halt mehr Schaden, wenn du Schaden nimmst. Und du machst mehr Schaden, die mehr Leute da sind. Ja, und ich verpasse darauf auf, dass du das auch überlebst, wenn du mehr Schaden machst. Das ist hier der Last Stand. Dass der halt so lange hält, dass du Energie hast. Das heißt, wenn du mit vollen Finions reingehst... ... Sieg! Immerhin 8000 noch. Richtig schönes Match. Wir sehen uns im nächsten wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss.